Gut, ich soll darüber erzählen, was mir der Sport im Leben bringt. Hartnäckigkeit, Geduld, Herausforderungen meistern, auch ab und zu mal gegen den eigenen Widerstand ankämpfen. Das hat mir im Leben immer viel gebracht und normalerweise laufe ich, jogge ich also durch den Wald, aber wenn das gar nicht geht, dann gibt es ja immer noch den Fitnessraum im Landtag.